so was hat was war denn was hat ich da reingepackt hofarbeit weizen ja die weintraube war okay edelwecke ja okay so toll ist es nicht der pilz das war ja auch ja war eigentlich nichts ja ich glaube jetzt ist es selten dass man da draußen kriegt fällt gar nicht was man für das minen ding gekriegt hat jagdoid oder was ich da aus der geode raus hast du das teil feuer allerdings abgegeben ja ging nicht blätter der kind gibt die immer nur weißt du oder weiß ich nicht nicht der kind der andere der gunter ist das gefühl damit hast du das abgestorben warte mal was wollte ich denn jetzt krass die sind fett geworden alter ja ja dann könnt ihr so was herstellen mit den eiern gehen aus dem weg du fettes hohen brauchen wir brauchen unbedingt eine küche ja das stimmt schon vielleicht müssen wir echt auf die 10.000 dann mal sparen ja das machen wir jetzt und nehm ich denn mal mit für die dingens die edelwecke sieht doch hässlicher aus boah wir haben ja eine krabbe die kann man dort glaube ich abgeben oder hast du schon mal geschaut ne aber bei kappen bei krabbe nicht die haben wir schon mal ach so ist dann auch 7 uhr die musik ist ja auch anders ne was aber liegt jetzt hier was zum aufheben gespannt was ist eine haselnuss hat mir schon mal echt ne gibt 54 energie ach so krass nicht stimmt aber die ist riesig das ist immer irgendwo rein ich will die sehen die habe ich ja doch im kopf genau wie ich da unten rum laufe hin und her bis die aufmacht wo ist denn die drin beim essen wer denn die haselnuss die habe ich aufgehoben auf dem weg in die stadt ach so dachte irgendwo hier oben häselnatt du hast die ärzte gebracht wunderbar können sie wieder mitnehmen kriegt 250 vielleicht kannst du sie auch mitnehmen das kann immer noch einer machen oder wie ist das das war aber das war an einer tafel da ne ja kann glaube ich immer da kommt die penny die ist nie früh zu hause geben heute vinzen und jaz etwas nachhilfe sie können anstrengend sein aber vor allem du hast dich an meinen geburtstag erinnert das freut mich danke habe ich bei der habe ich bei der schon zwei herzen da musst du mal gucken ob du schon in die oder ist sie doch ob du schon durch die tür gehen kannst bei mir haben glaube ich zwei gereicht du bleib mal stehen hier alle ich habe die wochen schon zwei geschenke gegeben okay dann gehe ich zu penny das ist ja mal verfolgen nach dem feierabend wo die ist weil der stalker ja aber echt ich mal was unten in dem ding drin ist da kann man denken weil ich nicht weiß wie es hat ich habe das schon zwei geschenke geben echt und das ist wirklich mal mit mir reden irgendetwas riecht erdig wo stimmt ja du arbeitest auf einem bauernhof Friede hat gesagt du stinkst wo bin ich denn jetzt hin eigentlich die venusmuschel haben wir ja auch schon mal abgegeben ja ja ich guck mal was hier bei der ach so was werden hier überhaupt das nächste fest sternen totaler volksfest das volksfest und aushilfe an jeden angler der kaulbarsch zweimal den kaulbarsch fangen was ist das für den willi ja einen kaulbarsch angeln soll ich zweimal einen angeln oder was ja du kriegst 200g und darfst sogar behalten die fische oh mein headset aber ich weiß nicht ob das sinn macht da bin ich eh grad was kann man denn noch so machen hier jetzt eigentlich mit dem hellen bier das können wir knicken wir müssen einfach geld sammeln jetzt für die küche ja optimum wäre ich geh mal an 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 strand bin ich auch grad ach so bist du schon angeln ja ach so und ich dachte einsammeln ja da war nix drin war nur ein stock drin ups ne ich meinte am strand selber ach so da lag liegt nix aber ich hab jetzt nicht hinten geschaut ne sardine die venusmuschel war die irgendwie gab die viel ja besser verkaufen kannst du schon bis du hier mal drauf hast was so die preise alles sind ja mir läuft grad mit dem angeln so was brauche ich jetzt hier ach so warte da wollte ich nochmal schauen und nochmal hier ne da sind doch hier ist doch wieder alles durcheinander und herstellen müßli riegel gönn dir dicker ach vor allem fünfmal joja cola jojo ah ich kann mal den zaun hier reparieren da ist ja der weg weg gewesen hm hä wo ist denn eigentlich meine axt gleich nen rucksack ne ne unten drin so dass du es nicht siehst ich hab ne seegurke gefangen ne das ich seh doch im inventar siehst du deinen kompletten inhalt aber nicht den rucksack für inhalt doch unten siehste ist doch grad das symbol links ne ne also ich seh immer nur die erste reihe ja so normal aber wenn du in die kiste guck siehst du beides die kiste und dein rucksack ach so du warst in der kiste drin aber ich finde meine axt nicht mehr hä das dachte ich ja dass du die vielleicht so jetzt nicht siehst aber hast du ne axt noch warte ich schau gleich ähm dann haben wir ne problem dann müssen wir jetzt kannst du eine kaufen kannst du direkt ne kupfer axt kaufen ja ist voll teuer oder 2000 na gut ich hab keine axt das kann doch nicht sein wo sind die äxte hin die äxte die äxte ich geh mal zum wird vielleicht hat er zufällig helles bier oh hier kommt ein sturm auf machst du das mit dem angeln ne ne ja aber ich angle gerade keine ich glaube ich die grauenbarsch oder wie den fang ich glaube ich nur im fluss also in der stadt oben mal ein gemeinschaftszimmer mal ein gemeinschaftszimmer mal wieder einiges mal wieder einiges riechst du das riechst du das es ist omelette omelette das gibt es jetzt eigentlich auch so ein stand wieder da wo der eis stand war ähm ich glaube da habe ich doch da habe ich der penny nämlich so ein kürbis oder irgend sowas hier ne da gibt es nur eis also bei mir gab es nur eis ne ist bis zum sommer geschlossen aber da ist ein kürbis drauf achso wir haben es wieder zu spät alle sachen die ich hier habe die haben wir schon also die fische auch eine seegurke gibt kann man gar nicht abgeben kauf ich die bist du sicher dass die nirgendwo drin ist ok warte ich habe noch nicht bei den anderen sachen geschaut ich habe eigentlich nur bei aquarium extra geschaut mein ne für Shane mazes brett könnte es vielleicht sein warte mal mach ich mal kurz aber generell mal ob irgendwo so ein fisch ist ja ich gucke nochmal hier unten die habe ich ja schon eingetan vielleicht finde ich nochmal so ein pilz keine fische mazes brett speise kann man vielleicht nochmal schauen wenn da irgendwelche fische sind aber wir können schon mal eier reintun glaube ich echte eier? ne echte eier doch ein großes eier zwei große eier macht es für einen sinn also eier können wir schon mal reintun kürbis könnten wir reintun die haben wir ja gerade angepflanzt mais können wir reintun fünf stück ja ich komme jetzt erstmal nach hause verkaufe ich alle fische ich glaube die geben ordentlich Kohle mole kohle mole kohle also die fische die haben wir auch definitiv nicht mehr offen ne ja na gut dann gehen wir schlafen nur die fische in die truhe eine sardine eine sardelle rundbarsch noch eine sardine noch eine sardelle seegurke ja kann ich noch das erz wieder reintun ah ja richtig das hatten wir ja konnten ja behalten so warte jetzt geht es rein zweiter tag im herz noch 500 bin ich enttäuscht guck mal wie viele fische das waren alter und vor allem mit äh goldenen sternen auch ja aber echt hm müssten uns eine andere quelle suchen verdammt das ging so gut gerade bin ich gespannt was das so ja ja wir müssen langsam irgendwie glaube ich auf die 10.000 kommen hast du deine axt gefunden? nee dein design nein hast du denn noch eine? nee eine habe ich ja hä aber nicht noch eine naja aber generell ja eine habe ich klar wenn wir in deine aufnahmen schauen musst du jetzt ja lol na gut du guckst ja eh alle durch ja ist die mal irgendwann kaputt gegangen? ich weiß es gar nicht oh ich bin doch nicht kaputt vielleicht hast du die auch in den Müll getroppt oder so okay wenn du die aufnahmen hast musst du mir das mal zeigen aber wenn es in einem part war vielleicht wisst ihr es ja auch meinen kühen gerne einen speziellen leckerbissen gönnen die sind so gute mädchen und haben auch hunger könntest du mir ein wenig amaranth bringen amaranth muss man anpflanzen oder amaranth machen wir amaranth amaranth ich nehme das erstmal an ich kann jetzt gucken wie viel Zeit wir dafür haben okay das ist unbegrenzt ein bündel amaranth ach so eine quest ne so eine jahreszeitenquest anscheinend so gab es amaranth zu kaufen für ein herz? gab es zu kaufen aber müssen wir mal schauen da ist was schnell zeitig anpflanzen oh dann müssen wir das jetzt direkt machen ja wenn es 14 Tage sind und je nachdem wie viel die haben will ja ein bündel ich nehme an es kommt ein bündel raus oder weil ein bündel wäre ja dann so beziffert an einer zahl wie alle anderen sachen wenn die mehr haben wollen ja jetzt gehst mal zum strand gucken was drin ist na wie da jetzt ein stock drin ist wo ist denn die mine oh du hast wieder 20 kupfererz bei Clint das mache ich ach so ich habe eine Oster gefunden oh Ruhetag ah was ist da drin eine Oster ok hatten wir die nicht schon? muss ich schauen AUSSTON ja die hatten wir schon so was wollte ich kupfererz ach so wenn du das nächste mal hier bist dann machst du einfach mal den Zaun kaputt unser Tor dann können wir den Gehweg wieder reparieren da ja morig morig noch mal ein paar Eierbraten immer noch geil ey aber irgendwie du kannst man braucht doch dann irgendwann auch mehr Abstand dann schon ne so schlimm ja früher jeden Tag Eier hast kennst du das schon ne immer wieder geguckt oh das ist ja schon so alt das fast schon keiner mehr kennt wieder also ja das stimmt wieder ne Seekurke was ist das als ob ich habe ne kupferachs erhalten erhalten haben wir vielleicht mal unsere extra abgegradet ey man wie hast du die erhalten ich habe dir nur angesprochen ich habe nichts bezahlt wen denn ach so den Clint haben wir da mal ein Upgrade gemacht und ich habe die nur noch nicht abgeholt fail dass ich wüsste doch ich glaube das war so du musst sie ja wohl gekauft haben ja ja genau damit wir die fetten Baumstämme weg machen können jetzt haben wir es neuer Erfolg massiver fangen ok ein nerviger Sound kannst du damit die dicken abhacken das probiere ich jetzt mal Hartholz wäre geil weil das brauchen wir irgendwo im Gemeinschaftszimmer ah ja genau richtig Hart neuer Hart soll man noch nen Huhn kaufen lohnt nicht oder ja warum wir haben da jetzt zwei Hennen die wären doch zu Hühner Heizgerät wir müssen was für wir müssen ein Heizgerät aber auch kaufen für den Winter ne glaube ich echt hm kostet der kostet 2000 mein gut wir haben ja wir haben noch ein bisschen Zeit klar also ich hatte mal ich habe mal irgendwie was so gelesen dass die im Winter dass die halt auch frieren dann wohl und wir es gibt ja auch Tiere die man draußen halten kann ne die muss man dann auch mal raus lassen und dann auch wieder rein lassen die darfst du über Nacht nicht draußen lassen machen wir nicht und sie werden sie alle eingefärscht massentierhaltung for the win wir brauchen mal ein bisschen kühl da nicht dass du dich wunderst ja ich kann da den großen Deck machen kostet kostet nur 5 jawoll Hartholz Harthol und herzlich ja nice dafür brauchen wir einiges glaube ich für gemeinschaftsraum bei mir kommt grad ne Sequenz wie soll ich an diesem Brief da hinten kommen von George der steht bei mir vor seinem Haus und kommt an den Briefkasten rein jetzt kommt die Penny Ausrufezeichen ich schaff das Herr Muldner Herr was Herr was Herr Muldner Herr Muldner wie kommt das denn her ich schieb die den weg und jetzt holt die den Brief raus die ist glaube ich so eine soziale hier bitteschön ich hätte es auch selbst geschafft und ich kann mich auch sicherlich alleine bewegen wie zerbrechlich hältst du mich ah jetzt kommt mich daher ok ah Johnny ah jetzt muss ich Johnny du hast uns beobachtet habe ich das war sehr nett von dir Penny ich sag das alles war sehr nett von der sage ich danke ok ich wünschte nur George wäre nicht so aufgebraucht ich wollte nur helfen hm sag du doch mal was anderes hä als weint der es tut mir leid Fräulein ich hätte mich ich hätte nicht so wütend sein sollen lol wie haben wir denn nochmal dieses blöde Tor gebaut war eigentlich ziemlich nett dass du mir geholfen hast mein sie aber ich verstehe das mit dem Tor nicht mehr Holzzaun herstellen ist immer noch deine Sequenz da oder was ja kann aber sein dass das daran liegt weil ich sie halt weißt du ja vielleicht wie bei mir mit Hayley nun es war interessant mit dir zu reden Johnny ich sollte gehen sollst du nicht komm zu mir ich habe ein kleines Bett also jetzt oder ja alles wieder safe wenn es weg Rapper 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 Nice weiß nicht wieviel ihr braucht das war glaube ich nicht wenig war schon ein bisschen 10 oder 20 oder 15 nein Wir schauen wir ob ihm noch diese Kaubarsche fangen kann für ihn Alter, wir sind bei 20 Minuten.